Die Spannungen im südchinesischen Meer scheinen in alarmierendem Tempo auszubrechen, da Australien diese Woche vor einem möglichen Krieg mit China in unserer Region, bahnte. Singapurs Verteidigungsminister Dr. N. G. Eng hat davor gewarnt, dass sich eine Schwarzmeerblockade im südchinesischen Meer abzeichnen könnte, enthüllte ein australischer Senator. Jim Molan schien vorzuschlagen, dass Russlands Bemühungen, die Ukraine einzukreisen, von China nachgeahmt werden könnten im südchinesischen Meer, er sagte gegenüber Sky News Australia, wenn wir glauben, dass dies ein Notfall ist, warten Sie, bis eine Reihe anderer Dinge auf dieses Land zu steuern. Alle Anzeichen zeigen, dass China sich auf seine eigene militärische Spezialoperation vorbereitet. Es könnte im Moment eine Energiekrise sein, es könnte im Moment eine Industriekrise sein, es könnte sich bei jedem Australier in Bezug auf die Lebenshaltungskosten manifestieren, aber blicken wir einfach zurück auf das, was im letzten Monat in Singapur gesagt wurde. Der japanische Premierminister sagte, dass die Ukraine heute Morgen Ostasien sein könnte. Er spricht von einem Krieg mit China in unserer Region. Der chinesischen Regierung unter Führung von Präsident Xi Jinping wird in den vergangenen Jahren eine verstärkte Aggression im südchinesischen Meer vorgeworfen. Peking hat versucht, die Autorität seines Landes über 90% des südchinesischen Meeres mit seinem Anspruch auf die Neunstrichlinie geltend zu machen, aber auch andere Länder wie Vietnam und die Philippinen erheben Ansprüche auf die Gewässer. Die Neunstrichlinie ist eine Abgrenzung auf einer Karte, die umreißt, welche Gebiete des südchinesischen Meeres China als Eigentum beansprucht. Die Region ist wegen ihrer lukrativen Schifffahrtsrouten, militärisch-strategischen Vorteile und einem Reichtum an natürlichen Ressourcen wie Öl und Mineralien heiß umkämpft. Die Neunstrichlinie ist eine große Herausforderung. Die Neunstrichlinie ist eine große Herausforderung.